Servus zu einem neuen Video, heute mit einem besonderen Video. Ein 10 Abonnenten Special. Erst habe ich mir gedacht, wegen 10 Abonnenten kein Special machen, aber ich bin halt richtig geflasht aktuell. Da, ich glaube am Freitag habe ich das Video mit dem 500.000 Coins hochgeladen, wo wir dann Spieler gekauft haben. Das hat mittlerweile über 200 Aufrufe. Und auf einmal, dann bringe ich das nächste Video raus, das letzte Video. Und da habe ich dann wieder über 30 Aufrufe und dann auf einmal 6 Abonnenten dazu. Jetzt habe ich mittlerweile 10 Abonnenten. Ja, und deswegen machen wir ein Pack Opening. 6 Packs habe ich. Und für die nächsten Videos möchte ich wieder so ein bisschen dran für den Markt schauen, weil ich habe so viele Spieler, die ich verkaufen kann. Hier Lautergold und dann auch hier ein paar, vielleicht hier aus meinem Team, die ich nicht brauchen kann. Die kann ich alle verkaufen. Und dann machen wir wieder so Videos, wo wir Spieler verkaufen, neue kaufen, weil sie ja anscheinend bei euch recht gut ankommen. Und dann haben wir bestimmt wieder so ein Budget, wenn wir hier die Objekte, hier die alle verkaufen. Dann haben wir einige Token, die schnell verkaufen hier. Duplon ist auch einiges. Hier, die kann man auch 10.000 sind die wert. 10.000. Und dann geht davon aus, dass wir einiges an Münzen zusammenkriegen. Dann vielleicht so 200 bis 300.000 Münzen kriegen. Und dann können wir dann wieder Neues machen. Und wenn ihr diese Videos natürlich nicht verpassen wollt, dann abonniert jetzt mich. Und jetzt kommt es zum Pack Opening. Ich habe 5 FIFA Mobile Sets und ein tägliches Spielerset. Na, schauen wir mal, was das jetzt hier wird. Das würde wieder nichts werden. Und wir kriegen... Der hat nicht mal Gesicht. Gott Tomsky von Jagiellona. Der hat nicht mal Gesicht. Toll. So, 5 FIFA Mobile Sets. Z1. Jetzt bitte Packler. Komm, bitte EA. Bitte EA. Und wir kriegen... Granat. Von Rostov. Ratschak. Dann kriegen wir zu Kulini. Von... Rayo Valenzano. La League 2. Hier. Kang Sangwu. Für meine japanische Sammlung. Richtig gut. Und dann hier. Gürler. Aus der Super League. Von Genshalle. Egal. Nächstes Set. Jetzt. Ich möchte heute ein Seltener Bayern. Bitte. Komm. 10 Abonnenten Special. Bitte. Gib mir. Jetzt. Gazzi. Von US Palermo. Serie A. Sind abgestiegen. Jetzt also Serie B. Genau. Nächstes. Und hier. Magi. Der spielt. Das ist ein Kenianer. Von Latino. Latina. Aus der Serie B. Der 2. Italienische Liga. So. Und. Davies von Blackpool. Äh. Birmingham. Birmingham City. Aus der Championship. 2. Englische Liga. Und jetzt. Komm. Hier ist der Lied. Ich spüre es. Und es ist. Ulmer. Oh. Ist ein Österreicher. Von RB Salzburg. Aus der Österreichischen Bundesliga. Und. Marcelo. Von Besiktas Istanbul. Ja. Für Golden ist gut. 3 Packs noch. Komm bitte. Ich öffne jetzt mal alles sofort. Komm. Komm jetzt. Ja jetzt. Und wir kamen hier. Sascha Rita. Von Schalke 04. Ekam. Aus der Major Soccer League. Major League Soccer. Oder keine Ahnung. So. Chicago Fire. Bei Chicago Fire spielt ihr auch bekanntlich Schweinsteiger. Und Chicago Fire hat jetzt die Playoffs erreicht. Ja. Dann. Auch so. By the way. Jetzt kommt ja bald das große FIFA Mobile 18 Update. Und wenn ihr mich jetzt abonniert. Dann verpasst ihr kein einziges FIFA Mobile 18 mehr. Aber wenn es rauskommt. FIFA Mobile 18. Werde ich richtig viele Videos machen. Dann werden wir alles durchchecken. Also abonniert mich. Es kostet euch ja nichts. Und auch eine Ankündigung. Sollte ich 50 Abonnenten erreichen. Werde ich wieder ein Pack Opening machen. Und. Eine Verlosung. Hier kriegen wir ja. Kachi Salivi. Von Liga Warschau. Simon von KAA Gent. Valencia. Von Alepetro. Ist es die Kolumbische Liga? Ja. Das kann sein. Und. Kampel von Crystal Palace. Die sind hier nach sieben Spieltagen aktuell in der Premier League. Der ersten englischen Liga. Werden wir vielleicht die meisten noch nicht checken. Oder wissen. Letzter mit null Punkten. Also nicht so gut. Und hier Maite von Reading. Championship. Oder? Ja. Championship. Wir haben jetzt noch nicht so das Packlack. Was ich mir oft habe. Aber jetzt. Bitte. Komm. Jetzt. Ich spüre es. Ich spüre es. Ich spüre es. Das wird richtig. Das wird gut. Letztes Pack. Jetzt muss was kommen. Und. Es kommt. Castelletto. Von. Redstar. Aus der League 2. Oder. Ich habe kein Französisches. Also die erste Französische Liga. Heißt der League A. Aber 2. League 2. League 2. Keine Ahnung. Ich bin halt. Ich habe nicht Französische. gelernt. Beziehungsweise. Ich lerne es nicht. Katzia. Das ist Italienerische Liga. Oder? Ja. Calcio B. Ascoli. Wird es jetzt doch nichts mit der seltenen Spieler. Und es wird. Boot. Boot. Scottish Premiership. Oder Premier League. Von Patrick Tistel. Schulz. Schulz. Da ist ja mal ein Deutscher. Von Mönchengladbach. Die letzte Hoffnung. Es ist. Sassel. Kalt. So. 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 Ja. Das Pack Opening. Hätte besser sein können. Schauen wir mal schnell in mein Team. Wie viele Spiele wird es eigentlich. wir haben einfach 170 spieler kann sein dass alle spieler also da wir 170 spieler haben wir kriegen im durchschnitt für jeden durchschnitt mindestens 100.000 über 170.000 hier die ganzen token sind hier die sind einiges wert wobei genau schauen wir mal pläne also denkt daran leute abonniert mich es kostet nichts bald kommt wie viel mobile 18 raus ihr werdet weitere pack openings sehen gehe ich davon aus genau dann war es das für heute auch da bedanke ich mich noch mal für die zehn abonnenten finde ich richtig nice dass ihr da alles so mitzieht abonniert mich weil also abonniert mir einfach kein nummer bitten weil bei 50 abonnenten wird eine verlosung geben was ich verlos google play gutschein weiß ich noch nicht also dann